Dein inneres Guthabenkonto Trainer, gestern hast Du vom inneren Guthabenkonto gesprochen. Bitte erkläre es mir nochmal. Schau, von einem Bankkonto bekommst Du nur etwas, wenn Du vorher etwas eingezahlt hast. Oder Sicherheiten in Form von werthaltigen Gegenständen, wie zum Beispiel eine Hypothek auf ein Haus oder Grundstück, Juwelen, Diamanten oder Wertpapiere hinterlegst. Auf dem inneren Konto, ich nenne es einfach Dein göttliches Konto, zahlst Du folgendes ein. Deine guten Gedanken Wie kann ich den anderen Menschen helfen? Wie kann ich besser werden? Auch wenn mich jemand verletzen will, frage ich mich selbst, was habe ich falsch gemacht? Deine guten Handlungen Nicht nur gut reden, sondern auch gutes tun. Sofort helfen, wenn jemand Hilfe braucht und dies im Rahmen Deiner Möglichkeiten ist, zum Beispiel für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen oder Verletzte im Bus oder der Bahn, dort aufstehen. Halte Dich und Deine Umgebung sauber. Bücke Dich ruhig und hebe Abfall auf, auch wenn er von anderen stammt. Dies hat gleich zwei Effekte. Eine Einzahlung auf Dein inneres Konto und eine gymnastische Übung zur Stärkung. Es gibt aber auch noch einen dritten Effekt. Denke dabei, zur Freude meiner Eltern oder zur Freude von Gott, dann ist es eine heilige Handlung mit hoher Einzahlungshöhe. Deine guten Gefühle Lächeln, wenn jemand niedergeschlagen ist. Bei Kranken Licht in seine kranken Körperteile schicken. Mit ihm mitfühlen, jedoch nicht mitleiden, denn dies ist ein Unterschied. Immer lächeln und Freude vermitteln und dadurch die Last der anderen leichter machen. Dein gutes Sprechen Freundlich, sanft und liebevoll sprechen. Nur gute Worte wählen. Wenn Dich jemand beschimpft, nicht zurückschimpfen. Motto Wenn Dich jemand beschimpft, ist dies vielleicht schlecht. Wenn Du aber zurückschimpfst, ist dies noch schlechter. Dein guter Umgang mit Menschen Verkehre nur mit guten Menschen. Wähle Dir Deine Freunde unter diesem Motto aus. Ich will nur gute Freunde und gute Menschen um mich haben. Eine hohe Einzahlung erreichst Du immer, wenn Du alles in Gedanken mit Gott verbindest und zur Freude von Gott ausführst. Aufgabe Zahle immer auf Dein inneres Bankkonto ein. Wiederhole Was zahlst Du in Dein inneres Bankkonto? Deine guten Gedanken, Deine guten Handlungen, Deine guten Gefühle, Dein gutes Sprechen und Dein guter Umgang mit guten Menschen. Dein Phillips Dein 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 Untertitelung des ZDF, 2020